So, schönen guten Morgen, zweiter Handelstag der Woche. Die Vorgaben überraschend gut, nach den eher schwächeren Vorgaben, die wir gestern in den USA gesehen hatten, trotz guter Neuigkeiten von der Impfstofffront. Aber wie gesagt, in Amerika war gestern so ein bisschen Verschnaufpause angesagt, dafür heute Morgen in Asien geht es doch deutlich nach oben. Und aus dieser Gemengelage, Franzi Schimpke, da versuchen wir jetzt mal irgendwie rauszuziehen. Wie wird es dann im DAX starten? Dir einen schönen guten Morgen. Einen schönen guten Morgen wünsche ich dir auch auf jeden Fall. Schnee draußen, ist das nicht schön? Ich bin heute Morgen wirklich so erstmal durch den Schnee gestafft, das war toll. Aber auf der Autobahn, totales Chaos. Also das hat keinen Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es heute hier am Markt kein totales Chaos gibt. Aber nein, danach sieht es tatsächlich gar nicht aus. Denn wir haben wirklich super Vorgaben von Seiten der asiatischen Märkte. Nikai Hang Seng und Shanghai Composite allesamt über 1% im positiven Bereich, weil es wirklich gute und starke Wirtschaftsdaten aus China gegeben hat. Beim Dow Jones gestern Verschnaufpause. Der Dow hat sich also wieder ein bisschen weiter von der 30.000-Punkte-Marke entfernt, die ja in der vergangenen Woche das erste Mal in seiner Geschichte geknackt hat. Wenn man aber bedenkt, dass das der beste Börsenmonat der November war, seit 1987, sagt man Haken dran, geht in Ordnung, das Minus von 0,9%. Und getragen wurde eben diese Rally an den Märkten von den US-Wahlen auf der einen Seite und dann eben von der Impfstoff-Euphorie auf der anderen Seite. Beim DAX waren wir hier gestern zeitweise sogar über der 13.400-Punkte-Marke. Am Ende hat man hier aber auch so ein bisschen Kraft lassen müssen und ist wieder unter der 13.300-Punkte-Marke aus dem Handel gegangen. Die ist inzwischen ja Unterstützung und Widerstand zugleich. Heute dürften wir aber aufgrund der asiatischen Vorgaben wieder besser starten Richtung 13.400-Punkte-Marke. Und auch hier müssen wir nochmal den November-Monat betonen. 15% hat der Deutsche Leitindex im November zugelegt. Heute ist der beste November in der Geschichte, der über 30-jährigen Geschichte für den DAX und insgesamt der stärkste Monat seit Frühjahr, nicht Februar, seit Frühjahr 2009. Also man bricht hier wieder Rekorde. Schauen wir mal, ob wir das dann tatsächlich im letzten Monat diesen Jahres auch das Ganze noch hinbekommen, Rekorde zu brechen. Schauen wir mal, was es für Impulse gibt. Denn in der Tat, das ist so ein bisschen das Thema, woran es zuletzt wieder so ein bisschen gemangelt hat, nachdem die Berichtssaison durch ist, die Konjunkturdaten aufgrund der Corona-Pandemie, was ja übrigens als Wort des Jahres 2020 gestern gekürt wurde, ja nicht so die ganz großen wirtschaftlichen Neuigkeiten gibt. Also die Impulse suchen wir. Der November war super. Wir starten auch gut in den Dezember. Darf so weitergehen. Ja, das ist so ein bisschen die Hoffnung. Und es überrascht mich immer wieder. Vor acht Monaten haben wir hier gestanden und haben genau entgegen argumentiert. Also nicht argumentiert, aber wir haben gesagt, es war der schlechteste Monat, den wir gesehen haben. Es waren die höchsten Verluste aller Zeiten, die wir gesehen haben. So können sich die Dinge ändern, wenn man doch ein bisschen zuversichtlich ist. Also dir schönen Tag, schönen Dank. Und abwartet. Ja, und abwartet. Schönen Dank nach Frankfurt. Bis dann. So, schauen wir an. Also man steht da immer wieder einigermaßen fassungslos vor diesen Kurstafeln und vor den Charts, wenn man sich die ganze Geschichte anschaut, wie sich das in den vergangenen, ja, acht Monaten, achteinhalb Monaten hier entwickelt hat und wir scheinen da tatsächlich ganz gut rauszufinden. Zumindest was die Börsen betrifft. Der Dau, er war jetzt gestern wirklich 0,9 Prozent, aber die Kollegin hat schon gesagt, es war ein toller November gewesen. Das ist das eine gewesen. Und das zweite war natürlich, er war auch schon höher im Verlust gewesen unterm Tag und hat sich dann tatsächlich wieder ein bisschen berappelt. Also in den vergangenen Wochen und Monaten hat sich immer gezeigt, wenn die Märkte mal durchgeatmet haben, das passiert. Und auf dem Niveau können dann auch mal drei, vier, fünf Prozent, kann es hier mal nach unten gehen. Dann wird auch relativ schnell wieder zugegriffen. Asien heute Morgen, nach sehr guten Wirtschaftsdaten aus China, ging es da durch die Bank kräftig nach oben und das Ganze haben wir auch nochmal in einer Übersichtstafel, damit wir hier nicht großartig rumrechnen müssen. Also das ist der Stand vor 20 Minuten gewesen. Warum klappt denn das nicht? Naja, zeichnen ist wohl heute nicht. Naja, gut sei es drum. Also Sie sehen, es geht kräftig nach oben und das nehmen wir heute in den deutschen Handel mit. Jetzt schauen wir mal, wo es noch kräftig nach oben geht. Schauen wir einfach mal weiter. Ah, genau. Ja, da müssen wir uns zuerst mit dem beschäftigen, wo es etwas deutlicher unter Druck gerät. Der Goldpreis, auf der einen Seite hatten wir natürlich durchaus diese Zuversicht, dass, also was heißt die Zuversicht, das war erstmal natürlich die Unsicherheit, die den Goldpreis nach oben getrieben hat. Die Pandemie gehörte zu diesen Unsicherheitsfaktoren und jetzt sieht man schon, dass so mit diesen Impfstoffen, mit den Hoffnungen darauf, dass sich die Situation wieder normalisiert, dann kam natürlich noch die US-Wahl dazu, sind so doch zwei ganz große Belastungsfaktoren für die Märkte ausgefallen, sind rausgenommen worden und entsprechend ging es hier tatsächlich für Gold ein bisschen nach unten. Mein Kollege ist zwar weiter zuversichtlich, dass viele Leute das mittlerweile als Spekulationsobjekt betrachten, nicht mehr als sicheren Hafen, also dann dürfte hier auch relativ schnell wieder eine Trendwende einsetzen, aber wie gesagt, technisch gesehen sind wir natürlich durch diese Unterstützung durchmarschiert. Jetzt haben wir auch noch die ganzen gleitenden Durchschnitte, die 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen. Also wird erstmal, das ist unsere nächste Baustelle, nämlich die Rückeroberung der 200-Tage-Linie ist nicht allzu weit entfernt. Kann also auch für alle Goldbullen hier tatsächlich noch ein interessanter Dezember werden. Für die, die auf den Bitcoin gesetzt haben, ist es das längst. Wir haben hier mal den Bitcoin seit März und das sind 404% seit dem 15. März. Ich denke, es ist der 15. März und wir haben ihn uns hier unten mal markiert und bis da oben 404%. Es ist nur das passiert, was wir erwartet hatten, nämlich, dass der Bitcoin tatsächlich in Richtung der 20.000-Dollar-Marke wieder hochgeht. Jetzt kommen weitere Nachrichten dazu, dass sich auch viele Institutionelle eine Portion der Kryptowährung sichern würden. Mit dieser zusätzlichen Nachfrage letztendlich natürlich die Preise weiter anheizen, weil man davon ausgeht, dass 20.000-Dollar da eben nur der Anfang ist. Und nach oben sind die Kursziele ja völlig offen. Ob Sie jetzt sagen, ob Sie heute sagen, der Bitcoin steigt auf 30.000, 40.000, 50.000-Dollar, 100.000-Dollar. Spielt keine große Rolle, weil es kann Ihnen auch keiner das Gegenteil beweisen. Es ist eine Idee, die Idee einer Währung, die sich anfängt langsam durchzusetzen und da gibt es keinen inneren Wert. Es sind ja nur ein paar Einsen und Nullen. Beim Dow schauen wir mal ganz kurz drüber. Es gab dann tatsächlich zum Handelsende ein paar Gewinner angeführt wurde, die ganze Geschichte von Apple, die sich recht gut entwickelt haben und dem Dow so 16 Punkte eingebracht haben. Auf der Rückseite sehen wir, ja, minus 27 Punkte bei Chevron, Travellers ist deutlicher ein Plus gewesen. Also was die Punktzahl hier betrifft, was sie letztendlich, 3,6 Prozent ist gleich 32 Punkte im Dow, die es hier nach unten ging und so weiter und so fort. Aber nichts, was da großartig ausgerissen wäre. Es war halt ein etwas schwächerer Tag und das hat sich auch dann im Dow in den Einzelwerten wiedergespiegelt. Schauen wir uns den Nesterkundert an. Das sticht moderner heraus. Ja, die Zulassung, das Zulassungsverfahren in der EU und letztendlich ist es auch das, was momentan hierzulande natürlich ein bisschen die Märkte antreibt. Novavax ging natürlich auch mit nach oben. Also alle so ein bisschen aus diesem Dunstkreis gestern doch sehr stark unterwegs gewesen. Wenn wir auf die Rückseite schauen, dann sehen wir, aha, drei chinesische Bärte. Ja, also da haben wir einmal JD.com, Pindu Du und wir haben NetEase. Und weshalb ist das so? Weil es in der laufenden Woche jetzt vermutlich eine Entscheidung dazu geben wird, die diese Unternehmen, die chinesischen Unternehmen, also nicht nur chinesische Unternehmen, sondern alle Unternehmen, die sich an der Wall Street haben listen lassen, da etwas härter, kürzer an die Leine zu nehmen und da neue Regularien letztendlich durchzusetzen, damit auch amerikanische Buchprüfer dann etwas tiefer in die Materie einsteigen können und es nicht nur so ein Deckblatt gibt mit alles in Ordnung. Das letzte Quartal ist super gelaufen. Ist prinzipiell natürlich ein guter Vorstoß. Die Anleger sind ein bisschen verunsichert, weil wenn es dann eine längere Zeit der Non-Compliance gibt, dann könnte es tatsächlich dazu führen, dass natürlich diese Unternehmen auch dann gebeten werden, den Marktplatz New York zu verlassen, die Wall Street zu verlassen. Ob das jetzt bei den großen Unternehmen tatsächlich, die auch im Nessec 100 gelistet sind oder es gibt ja noch eine Alibaba und weitere Werte, also ob das da ebenfalls der Fall sein wird, ob diese Sorge begründet ist, halte ich mal zu, wage ich zu bezweifeln, weil diese Unternehmen mittlerweile so groß sind, dass ich nicht glaube, dass es da größere Verwerfungen geben wird. Aber die Sorge ist jetzt eben im Markt und das hat sich dann gestern einfach auch hier in schwächeren Kursen manifestiert. Moderna, also da ging es nur noch nach oben und wenn wir uns die vergangenen Tage anschauen, ein Plus jenseits der 50 Prozent. Übrigens, der Aktionär hatte die relativ früh mit dabei, am 3. Juni und da haben wir uns natürlich auch drüber gefreut, weil seitdem hat die sich, ich weiß nicht, 150 Prozent, 160 Prozent ist sie gelaufen. Haben wir nachgeschaut. Da kam aber ein Kollege rein und sagte, ja, ja. Wir hatten übrigens einen Aktienreport Mitte März und da haben wir die Aktie auch schon zum Kauf empfohlen, weil wir eigentlich das Modell ganz interessant fanden. Seitdem übrigens über 600 Prozent. Also von daher läuft eigentlich ganz schick jetzt mittlerweile die Marktkapitalisierung jenseits der 60 Milliarden Dollar. Das ist ein Haufen Holz, da sind ein Haufen Vorschusslorbeeren dabei, auch wenn natürlich Moderna im kommenden Jahr, gibt ja diese Schätzung, etwa 5 Milliarden Dollar Umsatz machen könnte. Der Impfstoff relativ teuer, so zwischen 50 und 70 Dollar je Dosis. Damit führt man so ein bisschen die Liste an, wenn Sie sich die anderen Kosten angeschaut haben, also was die anderen Player aufrufen, dann ist man da wirklich relativ hoch dabei. Muss man mal schauen, ob die Preise auch gehalten werden können. Noah Wachs, wie gesagt, im Sog gestern ging es da auch ganz einfach mit nach oben. Ganz interessant, dass wir hier so diese kleinen Zwischenhochs, die vom September und dann vom Oktober, das war ja schon mal so dieser Versuch, da irgendwie wieder ein Aufwärtstrend zu etablieren, dass das geknackt wurde und jetzt, wie gesagt, sieht die Sache etwas besser aus. Oh, jetzt muss ich nochmal zurückgehen. Auf der Unterseite übrigens, kann man sich mal kurz anschauen, auf der Unterseite, haben Sie hier eine relativ gute und solide Unterstützung. Wenn Sie natürlich den Nerven haben, so einen Rückschlag, da reden wir ja direkt mal von mehr 30, 35, 40 Prozent, dann auch tatsächlich auszusetzen. Credit.com, ich hatte es gerade gesagt, da gibt es jetzt, wie gesagt, diese Sorge, dass Sie betroffen sein könnten. Am guten Gesamtbild des Unternehmens hat sich nichts geändert. Sie haben fantastische Geschäfte im laufenden Jahr gemacht, das hat angefangen mit Ihrem eigenen Feiertag, den Sie ja im Juni haben, also diese Schnäppchensause, ich glaube der 18.06. ist es, dann kam der Singles Day dazu. Ich meine, jedes Mal, wenn die mehr Geld brauchen, dann machen die einfach einen neuen Feiertag und zuletzt lief es da, wie gesagt, sehr, sehr gut und weil das Unternehmen so breit aufgestellt ist, ist ja nicht nur hier eigene Warenlager, eigene Logistik. Sie müssen sich die Warenlager im Internet mal anschauen, die JD.com unterhält, da sind keine Menschen mehr. Also die Menschen sind eigentlich nur noch die Zuarbeiter für die Roboter, die da rumtigern, so kleine Kistchen, die da durch die Gegend wuseln und die Pakete dann zu den entsprechenden Abladestationen bringen und die Menschen, so hat es für mich jedenfalls den Eindruck gemacht, die gibt es nur noch, um Zweifelsfälle irgendwie auszusortieren und vielleicht mal den Akku zu wechseln. Na ja, schöne neue Welt. Was machen wir eigentlich mit den ganzen Menschen, die dann irgendwann keinen Job mehr haben, weil das so kleine Roboter übernehmen? Da wird sich die Menschheit, da wird sich die Gesellschaft sicherlich was überlegen müssen. So, der DAX, das sieht eigentlich ganz schick aus. Wir haben hier mal diese doch sehr lange Schiebephase versucht, nach oben zu verlassen und sollten wir jetzt, sagen wir, tatsächlich in Richtung 13.4 gehen, dann hat das Ganze auch mittlerweile so ein kleines Fundament, also dann könnten wir uns tatsächlich mal vielleicht im Dezember noch auf neue Rekordstände einstellen. Zalando, die waren gestern jetzt wieder mal auf dem aufsteigenden Ast, weiterhin die meisten Analysten absolut zuversichtlich, die Aktie aber natürlich nicht mehr billig. Und wenn man da mal etwas genauer hinschaut, mittlerweile 21 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, das ist ein KUV von, ich habe es mir aufgeschrieben, von drei und das KGV knapp über 90 für das laufende Jahr, natürlich mittlerweile dürften auch so ein bisschen die Hoffnung dabei sein, dass Zalando es dann in den neuen DAX schaffen könnte, klar, überhaupt gar keine Frage, aber man muss da natürlich ein bisschen die Bewertung auch im Auge behalten, sehr viel Vorschusslorbeeren mittlerweile dabei. Im kommenden Jahr werden sie natürlich wachsen, also das ist jedenfalls die Grundidee, dass sie wachsen, deshalb auch die hohe Bewertung, aber es würde selbst bei diesen Wachstumsraten dann doch zwei, drei Jahre dauern, bevor man da in ein Niveau reinkommt, wo man sagt, okay, zum Wachstumsunternehmen kann man so eine kleine Prämie mal zahlen, also die Bewertungen, die wir momentan haben, sind wirklich sehr sportlich. Das gleiche gilt für Sartorius, ein Hersteller von Laborausrüstung, die waren natürlich total angesagt in den vergangenen Monaten, wenn Sie sich die Aktie langfristig anschauen, dann fällt Ihnen auch nichts mehr dazu ein, dann fragt man sich, warum man das hier überhaupt macht, weil es ist ja eigentlich prinzipiell langweilig, Laborausrüstung, herrlich, aber wenn Sie sich den Chart anschauen, der ist alles ganz langweilig, das ist eine einzige Augenweide, mittlerweile aber auch hier die Bewertung durchaus sportlich zu nennen und vor allen Dingen, wenn wir auch hier sehen, das KGV, ich glaube es war genau Sartorius Moment, das KGV um 81, das wird in den kommenden Jahren, wird sich das jetzt im kommenden Jahr dann wird es dann auf um die 60 zurückgehen, dann wird es auf um die 50 zurückgehen. Allerdings erscheint mir das natürlich schon doch auch sportlich. Sei es drum, an der Börse gilt ja, the trend is your friend und the trend zeigt in dem Fall hier absolut nach oben und solange sich das nicht ändert, müssen Sie sich glaube ich um die Bewertungen weniger Gedanken machen, das wird erst dann relevant, wenn es irgendwann ans Eingemachte gehen wird. So wie bei Fraport, die werden natürlich im laufenden Jahr einen erheblichen, einen immensen, einen enormen Geschäftseinbruch erleiden. Mehr als die Hälfte wird hier das Minus mehr als 50 Prozent betragen, bevor wir uns aus dem Loch rausgearbeitet haben, wird schon noch einige Zeit vergehen. Nichtsdestotrotz, die Impfstoffhoffnung treibt jetzt natürlich die Kurse dieser niedergeprügelten Werte wieder an. Mal schauen, ob die nochmal Geld brauchen. Das könnte den Kurs nochmal so ein bisschen belasten, aber erstmal, wie gesagt, so einer der Storystocks jetzt unter dem Impfstoffgedanken oder Eindruck, da geht es nach oben. So, soll es von meiner Seite gewesen sein. Wir sehen uns wieder um 14.40 Uhr dann mit der US-Vorbörse, entweder mit mir oder mit meinem Kollegen Marco Romme. Ansonsten bis dahin, gute Zeit, gute Kurse, tschüss.